Wo sind die Elefanten? Essen die Leoparden gern Fische? Wir müssen zuerst Gebäck kaufen! Können Elefanten mit großen Ohren gut hören? Können Elefanten mit großen Ohren gut hören? Können Elefanten mit großen Ohren fliegen? Nein, Elefanten mit großen Ohren können nicht fliegen! Welche Farbe haben die Flecken von Leoparden? Wie viele Flecken haben die Leoparden? Wie viele Flecken haben die Leoparden? Wie viele Flecken haben die Leoparden? Leoparden mit braunen Flecken sind älter Eine Giraffe mit braunen Flecken hatte ein Baby Eine Schlange mit braunen Flecken ist sehr gefährlich! Die Leoparden sind sehr gefährlich! Das ist eine große Menge! Die Leoparden sind sehr gefährlich! 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 Die Tiere sollten keine Pilze mit braunen Flecken essen! Die Leoparden sind sehr gefährlich! 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 Wie heißen die Tiere mit den großen Stoßzähnen? Die Leoparden sind sehr gefährlich! Die Leoparden sind sehr gefährlich! Stoßzähnen Leoparden mit braunen Flecken sind größer Leoparden Leoparden Der Elefant mit den großen Stoßzähnen ist sehr klug. Was machen die Elefanten mit den großen Stoßzähnen? Der Elefant sucht mit den großen Stoßzähnen nach Essen. Sucht mit Der Elefant mit den großen Stoßzähnen? 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 Nach Essen Nach Essen Nach 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 Der Elefant sucht mit den großen Stoßzähnen nach Essen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will das Panda-Baby sehen Baby Ich will mir den Panda ansehen Ansehen Mir Den Ich will den Panda-Baby sehen Ansehen Ich will mir die Gorillaz ansehen. Gorillaz Willst du dir die Gorillaz ansehen? Du dir die Gorillaz ansehen. Unsere Tochter möchte sich jetzt den Bären ansehen. Die Gorillaz ansehen. Ich will die Gorillaz ansehen. Die Powerııge von 20 transcriptная Wilt gern. Bet Teıkt die beforehand, für diežen размерen Eph videre. Ich will noch die Gorillas sehen. Dürfen wir die Gorillas füttern? Ich habe über die Geburt in den Zeitungen gelesen. Geburt den Zeitungen Geburt über Geburt Wir dürfen mit dem Löwen nicht spielen. Die Geburt von dem Gorilla Baby war sehr aufregend. Sieh dir das Gorilla Baby an! Warum siehst du dir nicht die Gorillas an? Siehst wie jung jung heißen die Gorillas wie heißt das das Baby Panda Weißt du wie heißen die Gorillas wie heißen wie wie heißt das Panda Baby Weißt du wie die Gorillas heißen wie die 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 Vielen Dank.